YouTube ein Karte geblieben aber auch aus er wird einfach schade so gute Freunde könnte dann gar nicht sein ja glaube ich er ist mir scheißegal was du denkst an die was denkst du sie einfach selbst was du mich jetzt in den ehreiz das hat andere sehr sehr schwer also ich sehen als ritterin also weißt äh diese season 2 ritterin weil sie blauen also ich hole mir schon mal ein freakel ich hab auch einen ja da 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 die und wenn da welche kreppchen und wenn da welche kreppchen und alles rein da oh ja ja das ist so geil und das sind zwei leute ich meine es ist voll das ist ja bei uns Spaß an die Bitte verreckt nicht ich gehe da hoch 3 das Staat der Habe alle Hörer Aarhus die mit 5 Leute zu jahre die hast du ein paar moni für mich drop jetzt dann ich brauche auf jeden fall die handlanger mit der heavy sniper bei an die weiß bescheid achs was denkst du warum dazu meine schlecht ist ein allein bei den blauen knappen hast also die Ritterin ich schlitt euch jetzt gut weil du schlecht bist das war ein sehr gutes warum alter Großvater zu sagen es macht halt gar nichts es macht gar keinen Sinn weil wenn man ein Skinchanger hat dann wird man nicht links oben als diese Skin angezeigt da haben sie recht er macht das mal wieder der Handlanger doch ich er glaubt uns ist er hat gesagt dass wir zum Beispiel ja letztes Mal erster hat uns gesagt heute kein Alltag erster ist er hat er war mir und hat es manchmal die Handler haben mich geholt die sprain weiter als nicht also wenn der finniss wenn der finniss dann lachend ey bitte komm her bitte 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 aber diese Hand dann ist im Arsch bitte komm ich würde es ich würde mein Lustig verlieren ok Slacks Slacks komm Fischkuh Autsch lass mich in Ruhe Ey Ey du Penner Ah Auwein Alter P Du Penner Is was Oh ok Ehre genau Stell bitte 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 Waps Lass mich das medkit drücken Keine Ahnung Stell bitte 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 Hol mich Hol mich Hol mich Ha 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 Das hätte ich aber nicht so nett gefunden Ich hab keinen Bock mehr auf dich Ey warum zockst du den ganzen Tag mit Adri und so Hä Das mit mir eine halbe Stunde gespielt eine halbe Stunde Was ist heute mit heute Mittag und so gewesen Da war ja da war ja offline Du musst ja eine tolle Fahrradtour machen Hä Andis Fahrrad Keine Ahnung Keine Ahnung Ja Das ist fast auch so dass wir die Woche nicht wirken Ist das immer eigentlich gebietscht als auf einmal zu spüren Es war alles auf einmal zu spüren Warte dann noch dieses Rentnerteil Ich will auch Ja hauptsache ich bin der Einzige der da kein Schild hat Ja 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 Wird geschossen Ein Kaupel von Bufus geschossen Nein Nein weiss ich will jener rauf'll die Geg pestsuch Ah last Hey Andy du bist mein atualer der istmskinder Er bei mir istivos dieser Knapkel da Bei mir würde da haben Pause когда war so nicht erso war s er hat mich in der luft erholt mich in der luft an die ich habe so wenig hp ich gehe da oben auf ich habe solche leute lebst du noch ja bei mir wirst da ist auch dieser diskussion bei mir ist ja auch mein gott war der knapp ich bin hier bei der bc wollen einfach nein die runter zu kommen das ist so klar die haben natürlich wieder gold da 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 aber ich bin jetzt schafft es noch meine karte zu holen ja ich habe mich nicht gerade konnte hier meinst du noch mal bitte gehen wir den loot das ist eine sache ich gönne die alles die graue piste er kriegt die granaten und die graue piste nein er bekommt alles außer was nein ich will loser machen hey digga wachst du schauen sie leute zu ja deswegen erst recht ja digga was gibt es hier nein 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 könnte ich gebe die gleichmonie ich gebe vielleicht so viel schuss alter da hinten läuft gegner ist es gegner ne digga hat schon nur ein wenig system ja sie können hätten wir auch noch mit so munition hä und da hat noch ein loot rum das war noch nein ja du hast der dann bekommst du alles gefühlt das war jetzt ja der ist an die rechte die piste ja das auch reicht doch vollkommen hier können wir halt den kacken job jetzt ist da jetzt da so eine goldene pistole drin durchs fenster hier ist eine menge munition die ich einfach so nehmen könnte jetzt machen wir diesen körpern grüne ja nö hier hast du eine lilan ja eher also schweres sturmgewehr lila ja oh mein gott der lag noch voll viel munition ja ich weiß weil ich oh ich hole den ich hole den ja ich hole den ja moin ja moin wie war das kein sniper alter die die skar schießt so schnell nein gönn dir den loot digga mach ich doch ne machst du nicht ach grüß dich ah da hinten ist der typ hier sind auch noch ein paar waffen für dich ja gut er könnte den wind theoretisch noch holen das leben nur noch ja hier was hast du gesagt wie willst du dich nennen wenn ich das ganze äh mich nennen wenn ich dich das ganze sport holen ich liebe einfach die sniper liebst sie vom ganzen herzen ja das ist doch schön alter der hat auch diesen hässlichen losgehen scheiße äh das ist die 8 die ganze karte äh oh mein gott wie ich in der falle der meiner meiner meint oh mein gott ja wenn ja dann verstehe auch doch dann ist das truck 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 schnell dahin der zweck 0 der ist das dann so jemand weg ist bleibt aber das würde man ja sehen ey was ist das denn für ein dreckspack nach vorne ist einfach geil dann noch mein biggie wäre jetzt köstlich ich hab mir ich hab mir jetzt wie im royal job wird sich gegönnt er wo gegner da vorne da vorne ist einer oh mein gott wie hier andy ich habe die moni für dich hier übertreibt no scope time habe ich gehört ja die gewählte nicht nur scope die erste letzten gegner oder er war nicht oder auch nicht er hat doch 80 ap du willst du es wissen ja 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 gut wenn er kein zu sein fach ist ja für dich aber ja es gibt ja eben mal die mini gun die ist krass ja okay ich die ich nehme die immer weg die hast gesehen nehmen die es wird als ihr so dos gespielt haben du bist du warst du tot und ich habe so mit mini gar noch für keine ahnung sechs kills oder so gemacht also dann macht es spaß an die hast du noch irgendwie mini gegner wo genau die schüsse hin müssen genau davor du hast mich aber nicht getroffen kann man euch den süchten ich habe mein gott er gibt mir hätte schon da wurde einem bleibt ja moin eine gewisse 20 stark ich bin mir gerade mit geht weitere Anmeldungen wo sind die? ah da warte ich mach Druck mit Minigun er macht Auge auf mich nein ich glaub der wär sogar reingegangen bist ja blöde Posi hast du Jumppads? ja ich hab Jumppads ja lass Placen hier kommt Place 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 schießt dann einfach kaputt weil wir hatten einfach eine behinderte Posi ja oh er springt über meinen Schuss das kontaktiert natürlich nix ja er ist Tommy Gunn das war's er tut 22 mit der Tommy Gunn oh mein Gott nein nein ich hab mich selbst ausgelassen ich hab mich selbst ausgelassen ich hab mich selbst ausgelassen der Rocket Launcher weil ich mich selbst so gesprengt hab ich sag euch wenn die jetzt runterschießen wenn sie so gern wissen es leben noch drei Gegner während sie es schon hat die Person holen ey wenn du Anti schaffst zu holen die hatten keine Minis mehr oder? hatten die noch Minis Andy? weißt du das zufällig? bei mir leckt's nein bei mir leckt's oh 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 bei mir hat's sowas von geleckt bei mir ist alles stehen geblieben ok Max du musst jetzt noch drei Leute waren da keine Minis mehr? ja 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 nein ich brauche den RPG ne das ist nix das ist nix skr noch einer er ist los! kann ich den no Skype!? Ich hab aber 100 HP, ich sparsch, der kann ich direkt nimmeln. Hä? Was macht der? Oh, wie lost! Was ist alles für einer? 14 Kids, Jungs! Ähm... Nee, jetzt ist es witzig.